Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Fünder. Der 1. Juli 1905. Der Tag, an dem Donald Trumps Großvater in Hamburg einschiffte nach Amerika. Im Hamburger Hafen bereitet sich der Haarpackdampfer Pennsylvania an diesem 1. Juli 1905 darauf vor, abzulegen. Einige hundert Passagiere drängen an Bord. Alle sind schwer bepackt mit Kisten, Koffern, ihrem gesamten Hab und Gut. Denn eine Rückfahrkarte hat keiner gebucht. Sie alle sind Auswanderer, die in den USA ihr Glück zu finden hoffen. Irgendwo in der Menge steht auch er, Friedrich Trump, der Großvater des heutigen US-Präsidenten. Die Stimmung des 36-jährigen Bordellbesitzers ist an diesem Tag höchstwahrscheinlich ziemlich schlecht. Denn er verlässt Deutschland, anders als die übrigen Passagiere, gegen seinen Willen. Seine Frau Elisabeth, ein Kind im Bauch, eines im Arm, sehnt sich vermutlich jetzt schon nach ihrer pfälzischen Heimat. Wehmütig schaut sie zurück zu Michel, der immer kleiner wird, während das Schiff Kurs auf Cuxhaven nimmt und dann weiterfährt über Dover und Boulogne-sur-Mer nach New York. Zwischen 1850 und 1934 haben rund 5 Millionen Auswanderer über den Hamburger Hafen die Reise in die neue Welt angetreten. Dass darunter auch der Großvater von US-Präsident Donald Trump war, das hat der Historiker Roland Paul recherchiert, der 38 Jahre lang das Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde leitete. Bei seinen Recherchen fand er auch heraus, dass Friedrich Trump ein illegaler Auswanderer war, was ein Geschmäckle hat angesichts des Umstands, dass der Enkel jede Gelegenheit nutzt, über illegale Einwanderer herzuziehen. Friedrich Trump, der Opa des US-Präsidenten, wird am 14. März 1869 als viertes von sechs Kindern des Winzers Johannes Trump in Kalstadt in der Pfalz geboren. Der Vater stirbt, als der Junge acht ist, sodass die Mutter und der damals 14-jährige Bruder Jakob den kleinen Winzerhof allein betreiben müssen. Friedrich Trump taugt nicht für die Landwirtschaft, deshalb erlernt er das Handwerk des Baders, also des Friseurs. Und als er nach der Ausbildung keine Beschäftigung findet, entschließt er sich, 1885 in die USA auszuwandern. Auf der längst vergibten Liste der Wehrpflichtigen des Landkommissariats Neustadt aus jener Zeit ist noch heute neben dem Namen Trump der Vermerk zu finden, nach Nordamerika ohne Erlaubnis. Trump hat es unterlassen, einen Auswanderungsantrag zu stellen, sicher, weil er wusste, dass der, ohne dass er seinen Wehrdienst abgeleistet hat, sowieso abgelehnt worden wäre. Dieser Umstand wird später noch eine große Rolle spielen. In den USA angekommen, lebt er zunächst bei seiner Schwester, die schon früher ausgewandert ist. 1891 macht er sich dann auf in Richtung Westen und eröffnet in der boomenden Goldgräberstadt Monte Cristo im Staate Washington ein Hotel und ein Bordell. Als 1897 die Nachricht von sensationellen Goldfunden am Yukon River im kanadischen British Columbia die Runde macht, wird auch Trump vom Rausch angesteckt und folgt dem Ruf des Goldes. Dort, im British Columbia, eröffnet er am Lake Bennett erneut ein Hotel von zweifelhaftem Ruf, außerdem ein Restaurant. Trump ist bald recht wohlhabend und so kann er es sich leisten, zur Hochzeit der jüngeren Schwester in die Heimat zu reisen. Dabei lernt Trump die 20-jährige Elisabeth Christ kennen und verliebt sich. Ein Jahr später, es ist 1902, kehrt Trump in die Pfalz zurück, um seine Verlobte zu heiraten und mit in die USA zu nehmen, wo sich das Paar in New York niederlässt. Du musst mir versprechen, dass du meine Tochter in die Heimat zurückbringst, wenn es ihr in den Staaten nicht gefällt. Dieses Versprechen hat der Schwiegervater Friedrich Trump abgenommen. Kaum in New York angekommen, tritt dieser Fall auch schon ein. Elisabeth hat furchtbar Heimweh und Trump hält Wort. Im Juni 1904 reist das Paar zurück nach Europa. Daheim in der Pfalz beantragt Trump die Wiedereinbürgerung, doch die wird ihm verwehrt, und zwar mit Hinweis auf seine illegale Ausreise. Mehrere ersuchen scheitern. Auch ein Brief Trumps an den Prinzregenten Louis-Polt hat keinen Erfolg. So müssen sich seine Frau, seine kleine Tochter und er auf den Weg nach Hamburg machen, wo am 1. Juni 1905 die Pennsylvania ablegt. Doch Trump gibt auch jetzt noch nicht auf. Von den USA aus stellt er mehrfach wieder Einbürgerungsanträge erfolglos. Statt der Erlaubnis zurückzukehren, erhält er die Mitteilung, er sei jetzt in Bayern eine unerwünschte Person. Frederick Trump, wie er sich inzwischen nennt, arrangiert sich mit dieser Situation. Er wird Hotelmanager, später Buchhalter, dann Immobilienmakler. 1918 stirbt er an der spanischen Grippe, die damals weltweit grassiert und Millionen dahin rafft. Frederick Trump hat, als er stirbt, 30.000 Dollar auf dem Geschäftskonto. Daraus macht sein Sohn Fred C. Trump, genannt Freddy, der in den 20er Jahren ins väterliche Immobiliengeschäft einsteigt, ein wahres Vermögen. Als er 1999 stirbt, sind es 300 Millionen US-Dollar, die er seinem Sohn Donald Trump vermacht. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast. Noch mehr Historisches aus Hamburg, wie zum Beispiel das Buch zu dieser Serie oder die Magazine Unser Hamburg, finden Sie auch online in unserem Mopo-Shop unter www.mopo-shop.de